So klang es gestern, als Holstein-Kehl bei der SVW in Wiesbaden gespielt hat. 2.700 Kieler Auswärtsfans waren in Wiesbaden zu Gast, Holstein gewann mit 1 zu 0. Mehr dazu gleich im Schwerpunkt. Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 6. Mai. Ich bin Kirsten Stünkel und ich habe euch diese Themen mitgebracht. Wir schauen einmal auf das Resümee des Derbys der Polizei und wir schauen einmal darauf, was der Norden eventtechnisch so in dieser Woche mitbringt. Aber jetzt geht es erstmal zum Schwerpunkt. Heute im Fokus. Dank des Tores von Timo Becker gewann Holstein-Kehl das wichtige Auswärtsspiel gegen Wien-Wiesbaden mit 1 zu 0. Damit haben die Schleswig-Holsteiner die Relegation sicher. In dieser Woche könnte also dann der Aufstieg in Kehl gefeiert werden. Mein Kollege Carlo Jolly hat zurückgeblickt. Gab es das eigentlich schon mal? Ein bisschen selbstbewusst dürfen die Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holstein erstmal ja gegenüber ihren Nachbarländern schon sein, sagt er. Das Land zählt 28 Bundestagsabgeordnete, hat vier Stimmen im Bundesrat und stellt aktuell den Vizekanzler. Die Region zwischen Nord- und Ostsee erzeugt den meisten grünen Strom, weshalb gerade mit dem Batteriehersteller Nordvolt eine imageträchtige Industrieansiedlung gelang. Die vielleicht populärste Institution der Republik allerdings floriert seit August 1963, ohne dass sich jemals eine Mannschaft aus Schleswig-Holstein dafür qualifiziert hätte. Aber 61 Jahre, keine anderes der alten Bundesländer, fremmelte so konsequent mit der Bundesliga, der Lieblingsliga von Sportdeutschland. Selbst der Stadtstaat Berlin zählte schon fünf Bundesligisten, wenn auch zum Teil mit bescheidenem Erfolg. Sogar das kleine Saarland brachte mit einer Million Einwohner schon drei Aufsteiger hervor. Um ähnlich erfolgreich zu sein, hätte Schleswig-Holstein also acht bis neun Bundesligisten bringen müssen. Husema SV, Schleswig 06, VfR Neumünster oder VfL Pinneberg. Doch wieso hat es Schleswig-Holstein noch nie geschafft? Weder Kiel und Flensburg, die im Handball deutsche Meister und Champions-League-Gewinner stellten, noch Lübeck, das sich gerade nach einem kurzen Gastspiel aus Liga 3 verabschiedet. War ganz Schleswig-Holstein jahrzehntelang einfach Fan-Hinterland des großen HSV, der Meister und Europacup-Sieger aller Norddeutschen? Oder war Schleswig-Holstein als Handballland zu gut? Holstein Kiel könnte in diesem Mai also die letzte Sehnsucht von Sport Schleswig-Holstein befriedigen. Und wir bleiben beim Fußball, beim Derby. Ausgerechnet der Sicherheitschef des FC St. Pauli breitete seinen Unmut über Facebook aus und zeigte nach der bitteren 0-1-Derby-Niederlage seines Teams beim Hamburger SV Einblicke in seine geschundene braun-weiße Seele. Eine historische Chance sei vertan worden, sagte Sven Brux, lange auch Fan-Beauftragter des Kult-Clubs. Schließlich hätte St. Pauli bei einem Sieg im Volksparkstadion des HSV den Aufstieg in die Bundesliga dingfest machen können. Die Jungs hätten es versäumt, jetzt schon zu lebenden Vereinslegenden zu werden, deren Namen in 30 Jahren noch jedes Kind kenne. Die Polizei hingegen ist froh über das Ergebnis am Freitagabend und die sich hieraus ergebene Tabellenkonstellation. St. Pauli kann nun am kommenden Sonntag am heimischen Millertor aufsteigen und anschließend eine eher risikolose Heimsause zelebrieren. Der HSV ist nach dem hochverdienten Sieg weiterhin im Rennen um Platz 3 und die Relegationsspiele. Übrigens, nach Spielende nach dem Derby verließen die Fans beider Vereine das Stadion, ohne dass es zu besonderen Zwischenfällen gekommen war. Die Anhängerschar des HSV war wieder zurück zur Bahnstation Stellingen geleitet worden, die Fans des FC St. Pauli zur Trabrennbahn. Was noch in Schleswig-Heustein wichtig ist, darauf schauen wir jetzt. Weitere News aus Schleswig-Heustein United by Music lautet das Motto beim 68. Eurovision Song Contest. Schweden ist Gastgeber, Deutschlands Kandidat ist Isaac mit Always on the Run. Das Spektakel findet vom 7. bis zum 11. Mai statt im südschwedischen Malmö, nachdem Lorraine mit dem Titel Tattoo für Schweden den ESC 2023 in Liverpool gewonnen hat. Das fast vierstündige Finale, das gibt's dann am Samstag um 21 Uhr und wird in Deutschland im Ersten übertragen. Und übrigens, wer sich schon aufs Public Viewing gemeinsam mit der Familie freut, der Nachfolger von ESC-Urgestein Peter Urban als kommentierende Stimme fürs deutsche TV-Publikum ist übrigens der Radiomoderator Thorsten Schorn. Schorn konnte man schon als Reporter bei den Fernsehsendungen Stern TV und Zimmer frei kennenlernen. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum ESC 2024 gibt's über den Link in der Beschreibung. Außerdem in dieser Woche mit einem Blick auf Hamburg. Hier findet das OMR-Festival statt, und zwar morgen und übermorgen. Hierbei geht es um die neuesten Trends im Online-Marketing. Die internationalen und nationalen Speaker sollen nämlich auch da mehr als 70.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterhalten. Unter anderem kommen auch vorbei Kim Kardashian und Tokio Hotel. Außerdem in dieser Woche der Hafengeburtstag in Hamburg. Da der Hafengeburtstag in diesem Jahr auf das Himmelfahrtswochenende fällt, findet die Eröffnung bereits am Donnerstag statt. Bei der traditionellen Einlaufparade werden im Anschluss mehr als 100 Schiffe und Wasserfahrzeuge auf der Elbe zu sehen sein. Ja, und vor allem beim Abendprogramm soll es was ganz Neues geben, und zwar eine neue Bühne. Da soll nämlich zum traditionellen Geburtstagsfeuerwerk auch unter anderem Scooter auftreten und der Freizeitmännerchorl, die Hamburger Goldkirchen. Das war's für heute. Die nächste Folge gibt's am Dienstag, den 7. Mai um 5.30 Uhr. Und ich wünsche euch schon mal ganz, ganz viel Spaß in dieser neuen kurzen Woche mit den vielen, vielen Events, mit vielen Gründen zum Feiern. Und natürlich einen guten Start in den Montag. Das war's für heute.